Hallo und herzlich willkommen bei Red Gamble. Ich habe hier nur einen Charakter, hier ist er, yeah, Speed. Duty always comes first. I learned my lesson. Okay, ja, dann mach das. Gut, ähm, ich spiele jetzt wieder BR Ranking und wünsche euch viel Spaß. Okay, ich bin erst mal 1 gerankt, gelistet und oh, ich hab schon 121 Siege. Nois. Wo ist es? Da ist es. Ach, da brauche ich keinen. Na, komm, komm. Tack. Was? Was ist denn das für ein Panel? Hat das dich geändert? Ach nee. Brauchst du denn nur einmal als Panel? Warte, ist das das Scharlachro da? Ah, auch eine Erdbeeren. Ich möchte hier drauf landen. Hier drauf landen. Okay. Das ist schon mal nice. Da war SPD hier. Oh, wie hake ich das? Oh, weia. Was ist los? Ist so ein bisschen abgeraht. Hat dich schon mal noch nicht gehabt. Hm. Ja. Er möchte wahrscheinlich nur sagen, ey, hier. Hör auf zu spielen, du musst zur Arbeit. Aber ich will doch jetzt noch nicht. Okay. 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 Ich hoffe ich kann das gewinnen, so wie das hier ruckelt. Ich hoffe ich kann das mal wiederholen. Hmm... Oh! weißt du gerade laufen geht das aber ich so um die ecke gehen egal muss ich anscheinend diese runde mit leben das kann doch nicht sein wenn es einplotet das hat dann ja noch schönes gehabt ja okay die xm 8 habe ich am 94 war auch eine mittelstrecke glaube ich es ist ein schweinerei habe ich eine rakete da unten ich finde die richtig gut die waffe aber wenn es in häuser wenn es in häuserkampf geht ist sie richtig gut aber ich denke es wird keine häuserkampf geben wadra kill Wir werden uns einfach jetzt da oben wieder in der Truhe schnappen. So und noch einmal, da ist was drin was ich benutzen kann. Geh, es ist so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Unstopable ZDF, 2020 ZDF, 2020 Rampage Hmm. Das war's für heute. 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 so mega ausgerüstet zack gehen wir schon mal hier rein und warten bis sie ganzen leute 22 gibt es noch kann sich nicht wegbewegen wenn ich ziele und dann schieße das gibt es doch nicht, ich treffe sie nicht so jetzt war es Penton musst du dich auch dahinter verstecken nicht 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 Ach nein! Das gibt es doch nicht. Ich treffe ihn nicht! Kopfschuss. Der hat richtig gesessen. Ah, das war am Hinterreinschuss wahrscheinlich. Ach nee, du ahnst es nicht. Oh, das macht es noch. What a kill! Dominating! What a kill! I'm not one of them! Oh, what a kill! Look at what a kill! I need to kill you! You're not a kill! I need to kill you! Look at my head! Okay! bisschen länger spiel aber alles okay ich habe es dann sage ich meine dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen dass ihr euch viel spaß und auf wiedersehen